Die besten 6 Produkte für Ihre Küche, Regal 60 cm tief. Ich bin absolut begeistert von dem Amazon Basics Lagerregal mit 3 höhenverstellbaren Regalböden. Es war sehr einfach zusammenzubauen und ist sehr robust und stabil. Ich konnte es problemlos alleine aufstellen und es bietet ausreichend Platz für all meine Bedürfnisse. Die verstellbaren Nivellierfüße haben es mir ermöglicht, das Regal auf unebenem Boden auszurichten und das Max. Gewicht von 340 kg bietet mir das Vertrauen, dass es alles halten wird, was ich darauf stelle. Ich würde dieses Produkt jedem empfehlen, der auf der Suche nach einem langlebigen und vielseitigen Regal ist. Ich habe mir das ZEVKRI Lagerregal gekauft, um meinen Keller ordentlich zu organisieren. Das Regal ist sehr stabil und kann bis zu 875 kg tragen. Die Böden sind aus MDF Holz und sehen sehr elegant aus. Die Montage war einfach und ich hatte keine Probleme damit. Das Regal passt perfekt in meinen Abstellraum und bietet ausreichend Platz, um meine Sachen zu verstauen. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Kaufentscheidung und würde das ZEVKRI Lagerregal jedem empfehlen, der nach einer stabilen und praktischen Lösung für die Lagerung sucht. Ich bin sehr zufrieden mit meinem neuen Vassage Bücherregal mit 6 Fächern. Es ist sehr stabil und bietet viel Platz für meine Bücher und Dekorationen. Das weiße Holzregal passt perfekt zu meiner Wohnungseinrichtung und sieht sehr modern aus. Die Montage war einfach und das Ergebnis sieht großartig aus. Ich bin beeindruckt von der Qualität und dem Preis-Leistungs-Verhältnis dieses Würfelregals. Wenn Sie auf der Suche nach einem schönen Aufbewahrungsregal sind, würde ich Ihnen dieses Vassage Bücherregal auf jeden Fall empfehlen. Ich habe mir kürzlich das Stormike Wandregal in weiß gekauft und ich bin sehr zufrieden damit. Es war sehr einfach zu montieren und das Set beinhaltet zwei Regale. Die Regale sind sehr stilvoll und modern und eignen sich perfekt für die Dekoration von Schlafzimmern, Küchen, Büros oder Wohnzimmern. Außerdem sind sie sehr stabil und bieten viel Platz für die Aufbewahrung von Gegenständen. Alles in allem kann ich das Stormike Wandregal jedem empfehlen, der auf der Suche nach einem dekorativen und praktischen Regal ist. Ich habe das Amazon Basics Lagerregal mit fünf höhenverstellbaren Regalböden und verstellbaren Nivellierfüßen gekauft und bin sehr zufrieden damit. Das Regal ist einfach aufzubauen und bietet ausreichend Platz für meine Werkzeuge und andere Gegenstände in der Garage. Die verstellbaren Regalböden und Nivellierfüße sind sehr praktisch und ermöglichen eine optimale Nutzung des Platzes. Das Regal hat auch ein beeindruckendes Gewicht von 800 Kilogramm, was mir ein zusätzliches Gefühl von Sicherheit gibt. Insgesamt ein tolles Produkt zu einem erschwinglichen Preis. Ich kann es auf jeden Fall weiterempfehlen. Ich bin sehr zufrieden mit dem Schulte Regalwelt Steckregal. Die Montage war einfach und verständlich und das Regal ist sehr stabil und belastbar. Die Powermax Fachböden sind sehr praktisch und bieten genügend Platz für meine Werkzeuge und Materialien. Das verzinkte Material gibt dem Regal ein langlebiges und ansprechendes Aussehen. Ich würde das Regal auf jeden Fall weiterempfehlen und bin sehr zufrieden mit meinem Kauf. Es eignet sich perfekt für die Nutzung in meiner Werkstatt und ich bin sicher, es wird mir noch lange Zeit Freude bereiten. Wir sehen uns im nächsten Video.